So, da laufen wir wieder zurück. Ja doch, ich habe ein Blubbern hier. Ziemlich laut sogar. Ja, ich stehe jetzt ein bisschen runter und dann passt das. Ja, es geht. Es geht. Ja, es geht. Drei. Bibi. Bibi. Dangle. Was sagt dein Baumeister-Skill? Äh, gleich auf. Äh, sag ich dir gleich, wenn ich die Maul öffne. Ich glaube 49 oder so. Muss ja schon sein. Hast du Pech, wa? Da kommen keine Steine hier. 49,17 habe ich denn jetzt gerade. Ja, das ist ja schon gut. Ich kann schon Steintürme bauen. Oh. Ja. Ja. So ist das. Was im Wagen wären 18 Steine? Nein, reicht nicht. Okay. Ich brauche für, ähm, die Mauer brauche ich nur 66 für die eine. Du brauchst ja mal 100 pro Mauer. Ah. Na dann. Leider. Aber da ja das Lager, wo es gewünscht wird, mach ich das mal im Tor hoch. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Haben wir. Sind in einem Basskorb dran. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Achtung, tierische Unbefall. Ah ja. Ah ja. Also ein bisschen von sonst. Ah ja. Da hinten. Kannst ja schnell umherlaufen. Jut, jut. So, Nummer 1, Nummer 2. Mal gucken, wo wir die herkriegen. Juh. Mal erst mal wieder Äpfel sammeln. Hm? Schonen Sie mein Leben. Ich gebe auf. Ah ja. Na dann. Warum auch nicht? Ja. Jetzt ruckelt es ein bisschen irgendwie. Mhm. Mhm. Da rennt Daniel vorbei? Ja schon. Nehm ich noch niemals mit? Ja wie denn? Ja weiß ich nicht. Huckepacke oder so. Hm. Was blubbert denn da? Ah. Warte. Sieht aus wie so ne Drogenküche da. Mhm. Ich fang wohl hier auch schon damit an. Breaking Bad. Habt ihr jetzt nicht fährt da stehen lassen? Äh. Das kannst du nur du benutzen. Ne. Ist ne abgehend Zeit glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann es nicht benutzen. Ich muss mal kurz relocken. Ich seh den zweiten Wagen nicht mehr. Ich auch nicht. Irgendwie. Mhm. Irgendwann ist ja immer. Ja. Kennen wir ja schon. Gestern war ja auch schon immer irgendwas. Habt ihr denn wenigstens was geschafft? Joa. Joa. Bisschen. Zwar nicht so viel wie wir eigentlich wollten. Aber ja. Wir haben den Enderdrachen geküllt. Das stimmt. Den haben wir gemacht ja. Beziehungsweise er hat ihn geküllt. Tja. Ich hatte bescheuerte Pfeile und Schwabe hat nicht getroffen. Hast Schwabe mitgespielt? Ja. Mhm. Mhm. Ein 8-9er Abwirkung. Sehr gut. Nicht schlecht. Inneres Steintorhaus. Mein Gott. Mhm. Ach das ist ein Lagerhaus. Ja. Lagerhaus aus Holz. Aber das kann ich noch hin und noch nicht bauen. Ja. Also pass auf folgendermaßen. Es gibt das kleine und das große aus Fachwerk und das kleine oder das Lagerhaus aus Holz. 5000. Das kleine Fachwerk 3000. Das aus Holz 5000 und das große 6000. Ähm. Wir brauchen aber für alle irgendwie Flussmittel. Für das kleine Lagerhaus brauchen wir Mörtel. Das heißt viermal Flussmittel ist kein Thema. Für das ähm Holzhaus brauchen wir auf jeden Fall schon Türen und da brauchen wir Stahl. Ich denke mal das kleine wird erstmal reichen. Ist ja auch schon groß. Ja erstmal erstmal dahinten noch. Dann kannst du mir gleich erklären wenn ich das freigeschaltet hab. 65 glaube ich. Wieviel? 65. 65. Puh. Da muss ich ja noch zwei Mäuerchen bauen. 67. Da muss ich ja noch zwei Teile bauen. 75. 66. 67. 68. Okay. ich suche mal ein paar kräuter genau beschäftige ich mal damit weiß denn schon wie das geht was kräuter so dass man die pflanze anklicken muss und so rechtsklick heute suchen ja dann diese pflanzen die muss anklicken noch eine sichel aber ernten mit der sichel ja du musst erst kräuter suchen tauchen so pflanzen muss ich mir sicher bestellen erstmal und die kräuter die gefunden hast die kannst du an den kisten einsortieren alles klar und 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 Aber jetzt hab ich Schwimmdreißig auch so alt wieder, gell? Aber jetzt hab ich Schwimmdreißig. So. Da sind manche Pflanzen bei, die hören sich an wie ein richtiger Name. Jetzt müssen wir drauf achten. Okay. Wieso richtig so ein römischer Name oder sowas? Let's close. Okay. 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 So. Also. Okay. Okay. Jetzt kann ich Lagerhäuser bauen. Okay. 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 ein Fachwerk Lagerhaus da. Also ich kann einmal ein Lagerhaus bauen und Lagerhaus aus Holz. in dem ist Lagerhaus ganz normal. Okay. Oh. Das ist aber groß. Ja. Ich wollte eigentlich den Platz da freimachen für. da wo du jetzt die Dinger hingestellt hast. Die Stelle. Ja. Dann musste ich glaube ich mal ein, zwei Felder nach hinten gehen. Irgendwie so. Ja. Oder vorne neben die Hinder stellen und weiß nicht ob der Platz da schon reicht. Nein. Ich glaube nicht. Muss ich mal gucken. Ich hab da eigentlich gut Platz gemacht. Ich hab da eigentlich gut Platz gemacht. Ich hab da eigentlich gut Platz gemacht. Was ist denn überhaupt? 4 mal 4. Ne 4 mal 30. Dann geht's ja. Das ist relativ klein. Ich gucke nochmal. Ach ja. Da passen wir bei den Dingsbusserlofen. Bei den Dingsbusserlofen. So gleich mal wieder rein gucken ob du da was machen kannst. Ja. Das ist ja ultra spannend. Was? Kräuter suchen. Ja sicher. Ja. Also ich gucke einfach raus. Ja. Da kann ich ja jetzt nicht mehr. Das ist alles grün. Das ist doch alles grün. Ja. So. Was braucht man denn dafür? 50 Ballen. Fenster. Möröl. Barren. Und Lehm. Ja. Der Mittel ist ein Problem mit den Flüssen. Aber. Da hab ich schon mal die zwei Barren da rein. Ja. Ja.